Herzlich Willkommen zu einem neuen Video und heute ist es ein Infovideo, nämlich ab nächste Woche Freitag, ab dem 1. Dezember startet der Sittich und Wirbel los Adventskalender. Meine teuren Abonnenten, die schon seit über einem Jahr dabei sind, wissen, was das ist. Es ist einfach ein digitaler Adventskalender, wo ihr jeden Tag ein Video habt. Die Videos sind ja wie auf YouTube, alle meine Videos kostenlos und zu sagen, wenn ihr noch einen Kalender für euren Liebsten oder eure Freunde braucht, könnt ihr den jeden Tag, wenn wir auch gerade Wirbel los oder Sittiche haben, könnt ihr denen jeden Tag dieses Online-Video von mir schicken und dann habt ihr so einen digitalen Adventskalender für eure Freunde oder auch natürlich für euch selber und natürlich auch für eure Tierchen. Die Videos werden über meine Reptilien gehen, aber genauso auch über meine Vögel werden die gehen. Es gibt schon ein paar Videos, wo vorgedreht sind, da könnt ihr euch wirklich sehr drauf freuen. Es gibt auch ganz viele neue Videoideen. Ich werde in der Zeit nach Hamm gehen. Es werden natürlich auch meine Schaden und so gehen, da wird es auch tolle Videos geben und auch ganz neue Richtungen natürlich. Dann auch Fütterungsvideos zu den Leopardgeckos, hier kann man die sehen. Die machen sich super hier in meiner Reptilien-Ecke. Okay, genau. Schaltet alle ab nächster Woche Freitag ein. Lasst mich mal gerne in den Kommentaren wissen, ob ihr euch schon auf dem digitalen Adventskalender freut. Ich hoffe, ihr seid alle mit am Start und wir sehen uns bald ein. Nächsten Video wieder, allerspätestens nächsten Freitag startet dann der Sittiche und wirbelose Adventskalender mit jedem Tag ein Video. Ich würde sagen, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch bis dahin und teilt dieses Video gerne, dass der Sittiche und wirbelose Adventskalender nächste Woche richtig gut startet. Und ich würde sagen, bis dann. Ciao, ciao.